Also die blauen müssen wir einsammeln. Also wir haben insgesamt eine 1.45. Ja. So, jetzt aber schnell. Okay, habt es. Ja. Da ist auch eins. Komm, Schaden. Noch eins. Ein bisschen Konzentration. Das habe ich eingesammelt. Boah, Alter. Wie gottesschnell. Mit R bremsen. Denk dran. Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich noch ein blaues finde. Guck auf der Karte. Die werden auf der Karte angezeigt. Ja, aber hier gibt es auch noch eine Höhle. Ja, ich weiß. In der Höhle gibt es vielleicht auch noch welche. Die werden auf der Map angezeigt. Ja. Ich fliege zum ersten. Ja, dann pick it up. Ja, jetzt. Nein. Nein. Verdammt. Kurz davor wieder. Echt. Okay. Oh Gott, Alter. Alter, was ist denn das für eine Kameraführung gerade hier? Ich seh's nicht. Wo ist das? Da unten, oder? Ja, es ist unten in der Höhle. Ja. Oh, du hast Silberhammer jetzt wenigstens. Ja, Mann. Geschafft. Wuh. Höhlenflug. Wuhuhuhu. Boah, Alter. Ja, Gold waren wir aber nicht weit entfernt. Schade. Ja. Egal. Hauptsache, wir haben's geschafft. Wir müssen jetzt erstmal EP sammeln und die Teile und ein bisschen skillen. Bevor wir dann ein bisschen die Hauptquests anfangen. Warte mal. Kann man hier keine Gebäude? Du meinst, kannst du doch auch so Läden kaufen und so einen Scheiß. Ja, das ging aber in Saints Row 3, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder, ne, in 4 auch. Ja, bis jetzt noch nicht. Ne, wir müssen mal weiterspielen, also wir sind noch voll am Anfang. Begib dich. Okay, wir müssen jetzt dorthin. Alter, weil ich dich geschlagen hab, komm, die Bullen. Ja, das war ja schon früher so. Nicht mal dich darf ich hauen, was ist los, ey, mit dem Geld. Was siehst du immer? Ich will dich aber verprügeln. Nein. Darfst du aber nicht. Oh, Mann, ich will aber. Wenn ich dich verprügeln kann, ist langweilig. Was ist denn das? Was? Was Dinger da ist? Die sind, die sind lila. Die sind nicht blau, wie die Seelendinger. Die sind lila. Oh, Mann. Ah, der ist schon keine Energie mehr. Er lag mich fett. Ja, deswegen, wir müssen diese Quest machen, dann können wir nur endlich fliegen, wahrscheinlich, dann irgendwann mal. So wie damals beim Rennen. Wenn wir auch nur endlich rennen. Wir müssen so ein bisschen, ein bisschen ausarbeiten, sozusagen. Ausbauen. Da ist das nächste. Ja. Oh Gott, du weißt, was jetzt kommt. Was ist denn? Vandalismus, mein Liebling? Dein Lieblingsspielmodus. Dein Lieblingsspielmodus. Jetzt bräuchte ich den Panzer. Ja. Aber egal. Wir haben Raketenwerfer, das ist doch auch was. Ja, super, aber hier ist ja gar nichts zum Zerstören. Hallo? Was sind wir jetzt? Ja, ich bin auch gerade aufgefallen. Jetzt, Mann. Jetzt alles zerstören, alles töten. Ding, 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 ding. Die sollen jetzt endlich kommen. Wo ist die Höllenbrut? Ah, da sind sie ja. Hey, endlich. Wird doch Zeit. Woha, Alter. Was? Was ist woha? Ich brauche, Alter. Alter, du kannst ja alles zerstören. Alter, letztlich Raketenwerfer. Ich liebe es. Ah, ha, 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 ha. Einfach mal auspicken, Alter. Oh Mann, aber bei mir kommen kaum Fahrzeuge. Alter, müssen die mir so nahe kommen, diese Penner. Bäm. Oha, tot fast wieder. Nein, 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 nein. Ich bin tot, verdammt. Flitzt zu mir. Danke. Hier lebt überall Energie, Mann. Schieß auf den. Den dunklen Beschwörer. Am Arsch, Mann. Abrasten. Ja, Mann. Totally. Bronze, haben wir schon mal. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ah, hier ist wieder Energie. Alter, wir machen viel zu wenig Kohle, weil hier auf fast keine Fahrzeuge kommen. Wo sind die denn mit ihrem Panzer und... Bleib, bleib stehen! Verdammt! Yeah! Wie übertrieben. Es bebt alles. Es explodiert alles. Überall schreiende... Schreiende Seelen. Ah, fuck, Alter. Schaffen wir noch Silber wenigstens? Ja, ich glaube, Silber schaffen wir noch. Ja, Chaos in der Hölle, Stift. Jawoll! Yeah! Das war's. Egal, Silber ist auch okay. Yeah, 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 yeah! Okay. Oh, dafür gibt es aber mehr Kohle, ey. Na, klar. Dann triebe. BAM, 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 BAM! Ja! Wunderschön! Alter! Wie krank einfach nur, Alter, wie krank! Okay, nachdem wir auch das gemacht haben, müssen wir dann ja... So, warte mal! Warte mal, es war... Es hieß ja, dass ja wir Verbündete holen können. Die tun uns ja helfen in die Schlacht gegen Satan. Ja! So. Äh, was ist, wenn wir jetzt mehrere Shakespeare-Missionen machen können? Ist der uns ja theoretisch... Ja, das dürfte das, glaube ich, sein. Dann dürfte er uns ja dann irgendwann... Help! Wo habe ich den jetzt umgebracht? Keine Ahnung, da wurde mir irgendwie angezeigt. Ich habe jetzt Rache gemacht. Ah, okay. Wurde ich nicht getötet? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, aber egal. Ich habe, glaube ich, irgendwie so so einen... ...Mörder oder so, der als Verdammter hier rumregt. Vielleicht einer, der uns damals getötet hat oder so. Oder als Boss gekommen ist und den wir dann getötet haben. So, verbinde dich... Wo habe ich denn eine Shakespeare-Missionen in den... Shakespeare? Ja. Gibt es überhaupt eine Shakespeare-Mission? Äh, anscheinend... ...anscheinend nicht. Alter, was ist das? Alter, beim Fliegen, das zittert so unnormal. Was ist denn das? Alter! Da kriege ich ja ebteleptische Anfälle. Warte mal. Was ist... Was ist ein Altar? Wofür sind die Altare? Ach, warte, das war doch das eine da mit den... Ja, da mit den Wellen und dann sind da was weiß ich wie viele gekommen. Oh, da unten ist auch noch einer. Ich sammle hier gerade so, während du ein bisschen guckst, sammle ich hier so diese Seelenschwärme ein, ne? Damit wir uns ein bisschen steigern. Also, verbünde dich mit Fladen. Verbünde dich mit den Zwillingen. Verbünde dich mit Blackbeard. Ja, Mann. Äh, okay. Also, wie es aussieht, war es das. Also, wir haben noch... Ich glaube, Shakespeare ist fertig, glaube ich. Ja, wir haben uns ja mit dem verbunden, aber ich glaube... Ja, aber ich glaube, der kommt später nochmal. Na ja, Alter, das backt voll. Beim Fliegen zittert das bei mir so extrem. Okay. Das kann ich kaum angucken. Äh, was, was hier... Aber, ey, das kann doch nicht sein, Alter. Schau dir mal, wenn du mal kannst, schau dir mal die Karte an. Ja, warte. Du, wenn du kannst, gerade. Warte, ich muss nur kurz rausfliegen. Alter, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Aber das finde ich schon ein bisschen unverstehend. Wieso, was ist denn? Jetzt muss ich schon sagen, die Map ist ja ultra mickrig, Alter. Äh, wieso ist die mickrig? Also, finde ich nicht... Ich war ja klein. Also, Saints Row 4 war ja... War genau so groß. Nö, ich glaube, es war größer, glaubst du gar nicht. Nein, das ist exakt die gleiche Welt, nur, äh, jetzt hier im Satan... Im Höllen-Stil. Ja, ja, klar. Ich bin mir größer in Erinnerung. Ja, wir haben hier noch... Boah, wir haben hier noch einige... Wir müssen ja noch hier diese ganzen Gebiete freischalten. Wir haben ja schon einiges jetzt hier Lilla. Und müssen jetzt noch einiges noch machen. Schon alles Saints-Gebiet. Ja, Mann. Ja, aber mich würde ich sagen, kann man jetzt... Kann man... Ja, man... Ja, genau. Kann man den jetzt kaufen oder nicht? Das würde mich... Weil das hat immer fett Kohle gebraucht. Ja, schon. Da hinten ist Blackbeard. Also, würde ich sagen, gehen wir zu Blackbeard als erstes. Ich weiß nicht. Da hinten sind auch noch hier so Fragezeichen oder so unbekanntes Spiel. Dann gibt's hier... Was ist das? Die Verbündeten... Die Verbrüderten Zwillinge. Und hier ist Vlad. Du meinst verbündet dich mit den Zwillingen, nicht verbündet. Verbündet... Ja, gut. Zwillinge sind ja verbündet. Oder wir machen jetzt den Altar nochmal. Da unten und dann gehen wir zu Blackbeard. Mir egal, wie du willst. Wenn wir den Altar haben, haben wir glaube ich diese kleine Insel hier freigeschalten. Alles klar. Okay. Das kommt dir wahrscheinlich nur so klein vor, weil wir es jetzt nicht mehr fahren müssen. Weiß ich mein... Jetzt können wir ja alles fliegen. Ja, wobei... Ja, früher oder später müssen wir fahren, weil... Das doofe ist halt, wenn es zu weit ist, kannst du es vergessen mit der Ausdauer. Das funktioniert noch nicht so richtig. Ah, das... Das backt bei mir so übel. Das nervt mich gerade. Was ist denn das? Oh! Was ist das? Was ist was? Hier? Hier? Okay, das scheint nur so... Keine Ahnung. Ja, super. Guck, das war's. Ja, du musst schon mit den Flügeln schlagen, ne? Ja, hab ich doch, hab ich doch. Also gut. Wow. Was ist denn das hier immer? Ich blick das nicht. Egal. Okay, hier ist er. Du fliegst da hin, oder? Ich bin schon da, ja. Okay, ja, du kannst ja gleich annehmen. Aber, ja, bist du voll? Voll mit was? Alles klar. Das ist da, wo ich auch vorher war mit dem Stampfer. Müssen wir jetzt alle wieder erledigen mit dem Stampfer. Alles klar. Das ist vom Shakespeare. Ah, okay. Wie fährt er denn hin? Wo fahren die denn alle hin? Alter, das gibt's doch nicht. Wer war halt tot. Ah, Schnauze! Alter, die haben so eine Waffe, diese Elektroschock-Waffe, die ist so krank, ey. Bist du... Ist dein Stampfer geladen? Ich hab mich schon eingesetzt. Ja, aber da ist nur einer. Das ist ein bisschen... Ja, ist egal. Ich nehm mal hier den Raketenwerfer, um ein bisschen mehr Chaos zu spüren. Kommt nur Wellen auf dich. Mora. Naja, hab ich niemanden erwischt. Toll. Jetzt hab ich jetzt mal wieder Energie. Ein bisschen Geld. Komm, wir warten wieder hier oben. Ist besser. Komm, jetzt behalt euch mal. Kommt mal her, wir müssen noch ein bisschen den Altar füttern. Hapa, Hapa für den Altar. Ist auch gerade nicht schlecht. Ja, haben wir. Na, kommt schon... Wow. Wow, 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 Sniper. Alter, kommt sogar so ein Penner. Aber, ich mach jetzt. Ja, und du bist tot. Ich bin tot, ja. Und steh aber trotzdem da, ne. Und jetzt lieg ich. Schnell! Alter, ich komm nicht an, weil ich immer zerschossen werd. Okay, wir müssen ein bisschen... Ja, aber jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder da hinten irgendwo. Nicht am Altar. Auf geht's. Ich flieg kurz wieder hin. Oder ist der hier irgendwo? Wo sind wir denn ganz genau? Was ist denn dieser dumme Altar? Ist der noch angewählt? Ich hab mich nicht angewählt. Ne. Ne, ist nicht angewählt. Der sagt auch, wir sollen erst zur... Extration sollten wir als erstes machen. Na komm, wir machen mal halt erste Extration. Was soll's? Also mach. Wir sind noch nicht so gut. Wir müssen ein bisschen unsere Energie skillen und noch... Hi. Du sammelst wieder diese Kugeln. Die Seelen-Kugeln. So, also das hier unten. So wie's aussieht. Hey, lass mich das doch jetzt einschalten. Was ist denn das? Da muss man alle auf einmal, dann kriegt man auch an Seelen-Schwarm. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Dann halten wir uns halt an dem Plan. Äh. Äh. Was ist denn? Nichts. Ich weiß. Nicht. Wo das ist. Scheint da hinten irgendwo. Ach, das ist da drinnen. Okay. Boah, das wird auch heftig. Ja, jetzt müssen wir hier dieses ganze Gebäude auseinandernehmen. Ja, geil. Ja. Wo bist du? Du bist gar nicht bei mir, gell? Äh. Na, du musst erst mal zu mir kommen. Ich greife da nicht an ohne dich. Das kannst du vergessen. Und ich glaube, ich nehme dich. Ja, Mann. Du musst gleich schon bei dir sein. Ja, da bist du. Ja, jetzt müssen wir die Kontrollpunkte erobern. Und wir sind auch... Bin da. Alles klar, dann geht die Party los. Der erste Kontrollpunkt ist hier. Ich schlitze kurz die Lady auf. Stier. Ich bleibe Kontrollpunkt über zwei. Was muss ich jetzt hier machen? Ach, nur da drin stehen bleiben? Okay. Stirb, du hässlicher Penner. Okay, wir haben es. Du hast es. Ja, alles klar. Aber ich habe hier auch noch... Da ist ein Schild. ...problem mit dem Dämonenbeschwörer. Okay. Der ist Matsch. Warum auch immer, der plötzlich Matsch geworden ist. Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Das sind zwei Dämonenbeschwörer. Wo ist denn der nächste Checkpoint? Ja, hier, hier. Lauf, lauf, lauf. Hab ihn erreicht. Bin da. Bleib drin stehen. Yeah. Ja, fress das, Mann. Meine Seele kriegst du nie. Okay, das ist auch unser? Alles klar. Da ist noch ein Seelenfresser. Oder, ja, wie heißen die Dämonenbeschwörer? Ich weiß, was ich... Ja. Dämonenbeschwörer. Okay, auf geht's zum nächsten. Ich möchte das ehlende Piss nehmen. Geht mir aus dem Weg. Ich fliege mal eine Runde. Habe ihn erreicht. Ja, stirbt. Ressliche Bestien. Na, Süße. Ich nehme dich ein bisschen als Deckung. Hör doch auf, auf sie zu schießen. Ach, dann halt nicht. Ah, du stinkst. Jetzt. Ja, und der Zweite wieder. Hä? Ach so, wir müssen die halten die ganze Zeit, oder was? Weil die haben die wieder eingenommen. Ja. Ah, Mann, ey. Schnell, behalte dich. Den noch, und dann haben wir alle, und dann gehört das Gebäude uns. Komm, 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 komm. Stirb, du elendige Pissnäcke. Yeah. Die Extrations... Ja, Schmiede haben wir jetzt eingenommen. Cool. Yeah, es gibt ja Haufen Kohle. Ich gehe jetzt mal skillen. Ich will auch mal skillen. Ich kann Arkan. Ich bin jetzt gelevelt. Ich mache mal den Stampfer, oder Flug. Lass mal gucken. Beweglichkeit. Effizienz. Fliegen verbraucht weniger Ausdauer. Boah. Auf jeden. Okay. Ein bisschen das Fliegen natürlich skillen. Flügelstark 2. Nein. Schweben. Schweb in der Luft. Rechte Maustaste gedrückt und drückst Q, um deine Kräfte zu entzünden. Was? What the fuck? Stabilität. Stabilität. Boah, was nimmst du? Kraft. Hm. Ich glaube, ich nehme Stabilität. Ich mache auf jeden Fall Effizienz. Ich kann länger flattern. Boah, wir haben noch so viel, ne? Wir haben 44 und ich kann noch einiges kaufen. Aber ich will auch Supersprint natürlich auch. Eile. Beim Supersprint wird die maximale Geschwindigkeit schneller erreicht. Ah, okay. Brauche ich auch. Kostet nur 5. Sprintschild. Beim Supersprint magnifiziert sich nun ein Arcana-Schild. Aha. Er schaltet viele andere Sprintverbesserungen frei. Er erhöht das Tempo beim Sprinten. Kostet auch nur 10. Supersprint. Ja, keine Ahnung. Sprint-Effizienz verbraucht weniger Ausdauer. Ja, das kaufe ich auch. So, Stampfer. Element. Ach, es gibt auch noch ein Element bei Stampfern. Ja, ja. Dann haben sie verschiedene Elemente. Gab es das bei Saints Row 4 auch? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, gab es auch, ja. Stampfer aufladen. Das brauchen wir. Das brauchen wir ganz dringend. Das mache ich. Stampfer aufladen und erhöht die Reichweite. Genau, das mache ich auch. Genau, jetzt können wir diesen dummen Stein endlich machen. So, Upgrades. Was gibt es noch? Widerstand, Fertigkeiten, erhöhte Ausdauer. Kostet ein wenig, ne. Bekanntheitsgrad sinkt schneller. Kaufst du das? Was? Dass der Bekanntheitsgrad schneller sinkt? Ja. Überlege ich, oder? Ne, ich kaufe das. Ist zwar teuer, aber ja, was soll's. Ich habe ja noch ein bisschen. Gesundheit kann ich nichts kaufen. Alles gesperrt. Schade. Widerstand. Widerstand gegen Feuer. Warum nicht? So, Waffen. Äh. Hör-Demunitionen. Bei MP kann ich nur kaufen. Oder Pistole. Oder Schrotflinte. Ach, das ist eine Schrotflinte? Sieht aus wie eine Armbrust. Ah, hast du Bekanntheitssteller sinken geholt, oder? Ja, ja. Ein bisschen einkaufen hier. Ich glaube, so Kostüme und so gibt es leider nicht. Finde ich schade. Das hat so den Reiz immer ausgemacht bei Saints Row. Vielleicht kommt es ja noch. Finde ich echt schade, Mann. Vielleicht. Ich kaufe auch noch einen Boni. Tauschlöhne. Ich habe schon was weiß ich wieviel jetzt ausgegeben. Ich habe schon was weiß ich wieviel jetzt ausgegeben. So. Wir sind fertig. Jetzt müssen wir uns wieder mit Dane treffen. Oder Dane. Oder Lappen. Ja, wie tausche Löhne gegen EP oder gegen Schwärme. Naja, keine Ahnung. Hast du es gekauft? Ja, ich habe es gekauft. Wahrscheinlich, wenn wir Gegner besiegen. Jetzt ist das unsere Seelenfabrik, oder? Was hast du gemacht? EP oder Löhne? Äh, EP oder Schwärme? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwas gemacht. Okay. Eigentlich Geld, oder? Weil Geld ist ja wichtig. Da steht Tausch, Löhne gegen EP. Ah, okay. Du gibst ja Löhne, damit du EP kriegst. Ich flieg mal zu Dane. Oder Dane. Ach, was für das. So schwule Namen schon wieder. Yay. Alter. Gleich können wir uns nochmals steigern. Ich habe es geschafft. Regen? Ja, guck mal, wie viel ich einsammle. Wuuuuh! Oh nein. Oh nein, ich stürze ab. Warum kann der eigentlich keinen Flügelschlag mehr machen? Okay, alles klar. Du musst einen Totschdown. Okay. Ich bin da. Mal gucken, was er sagt. Mir fehlen irgendwie so die Videosequenzen und so. Kriegst du das eigentlich mit? Jaja, was der da sagt. Ich kann nicht warten, was passiert, wenn wir es alles haben. Yeah. Wir haben seine Loll-Jalität. Und jetzt? Was war's? Wir haben schon Level 4, aber es geht. Ja, geh doch ab. Jetzt gucken wir mal, was können wir als nächstes machen. Was meinst du? Achso. Wir müssen noch immer hier so Auren sammeln. Ich lock das mal, okay? Okay, ich save. Verbünde dich mit Blackbeard. Ja, alles klar. Ja, dann gehen wir hin, oder? Ja, klar. Das ist die Markierung, die du gemacht hast. Ja. Aber davor würde ich noch immer versuchen, dass wir hier diesen Stein da einnehmen. Ja, dann machen wir das doch, komm. Ja. Bist du in der Nähe dort? Ich flieg grad hin. Okay, dann brauch ich ja nicht mitkommen. Aber. Ich komm nicht hoch. Nein, ich komm nicht hoch. Ach, Mann. Wo ist dieser, dieser... Da ist, ich seh ihn. Also, aufhallen. Alle guten Dinge sind drei. Diesmal schaffen wir ihn. Diesen dummen Stein. Wir bleiben einfach da oben. Und wenn wir aufgeladen sind, ich mein, wir haben ja jetzt schneller aufladen und so. Bam. Los geht's. Diesmal schaffen wir es. Die Suche war lang. Aber in Zeit haben unsere Heroin die Möglichkeit, ihre Feindlichen zu beten, in der heiligen Licht des Herrn. Sind welche rein, ja, Alter. Toll. Okay, wir müssen jetzt ja aussteigen. Mach's jetzt. Scheiße, 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 Mann. Deswegen mach es. Ja, mach du. Meins ist nicht aufgeladen. Höh? Oh, ah. Hä? Blutten nicht. Bara. Bam. Erpisst euch. Wow, 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 wow. Komm, wir müssen noch füttern. Noch, 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 noch. Naja, einfach ist das nicht, Sinne. Ohne Witz. Noch ein bisschen füttern. 20 Stück noch. Yeah. Okay. Noch ein paar. 8 Geh weg ich sagte noch zwei Stück okay alles klar zum Altar zurück und stampfen wir haben jetzt einen Abgelenk heilig nun verfügt ihr Element heilig